Wir sind in GHV Tornesch. Das ist die Sommerschlammschlacht fürs Rallye Obedience und wir sehen unsere Tina Knappel mit ihrem Chester. Ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß. Sehr schön. Guter Bub. Schön die Drehung. Klasse macht er das. Guter Bub. Mal wieder hinsetzen, Chester, runter. Jawohl. Und sitzen. Wir kommentieren mal. Wunderschön, ne? Ich sehe den beiden auch immer zu gerne zu. Er ist so schön geführt auch von ihr. Ganz klasse. Und trotzdem nicht so massig, ne? Finde ich echt schick. Tina sagt immer, das ist ein Sport, Berner. Ja. Möchte ich auch haben. Ne, du hast ein Sport-Rolli, das reicht. Das stimmt. Das reicht für zwei. Ja. Klasse. Sie lässt extra tiefer liegen. Und ich finde das auch durchaus okay. Ich würde auch nicht mit dieser Masse den so ganz hoch springen lassen. Warum soll ich denn die Gelenke, die Knochen gefährden? Ich würde es auch nicht machen. Das ist richtig. Lieber den Hund schonen und länger was von ihnen haben. Großartig. Habt ihr ganz toll gemacht. Dass der durch die Beine kann, das wundert mich immer. Das war ein super Teil. Schön, 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 schön. Pony aber, komm. Herzlichen Glückwunsch.